21.02.2020. Guckt euch das an. Kiegel ist ein Brandgeruch. Interessiert keine Sau. Ist doch unglaublich, ihr Leben. Das ist doch der käre Wahnsinn. Krach von der Thalassotherapie, die seit fast einem Jahr umgebaut wird. Und wie er geiler raucht. Das ist besonders gesundheitsförderlich. Das ist der Hit hier. Der käre Wahnsinn. Interessiert aber keine Sau. Warum auch?